ja und willkommen mein name ist dann die rolle p und ich bin mittel mario master berühmte ich zurück zur haft ja und jetzt mit einer neuen sensation und zwar ich werde jetzt mittendrin eine schmelze bauen ja so dann bitte ich dich mal unsere metallärzte zu holen naja kann ich alle da ich kann nur ein ok war warten wir mal bis das metallärzte fertig ist würde dann kann also banken ja blanken sind drin jetzt kriegen wir endlich besseres zeugs hoffentlich ja ich werde auch mehr erreichen und von uns eine ritter rüstung und also zumindest wenn wir den metall waren haben haben können wir uns wir können sie sogar schon neue sachen hier machen können hier eine sauer schon machen aber dafür brauchen behaupten ja bitte zu sein sauerstoff und unter wasser der hei wo ist daheim wo ist er weg naja aber jetzt wieder ein ding weg ich habe keine planken mehr ich auch nicht nein schwimmt eine na ich krieg den weg metall barren ich habe einen dort macht hat ich habe mal ein bisschen holz wenn er wohl eine bäume seien ich habe ich finde hier nichts jetzt können wenn man reich die insel erkundet so jetzt können wir uns hier auch kommen da war was wir machen hier ja wir können uns die schäden schere machten eine schaufel schaufel bau war letztens schaufeln metallpfeil einen stationären anker metall sperr und geschrittener grill netzwerfer und topf vorgeschrittener grill für die fische ja genau war jetzt schon wieder so perfekt um wolle zu schneiden schaufeln nützt sich um schmutz zu sammeln ich hoffe einfach in sein feld hier weg ja ich bei dem ich mache jetzt auch eine kiste und planken ja so dass ich schon mal nach ich weiß nicht was das hier ist wird wir da brauchen und ja hier fortgeschrittener grill wir brauchen planken wir brauchen zwei mit zwei wachen und wir brauchen nägel hier ist so viel essen wäre ich wo bist du bei dem häuschen ist und das ist so ein weg der nach oben geht diesen kokosnussbäume ich habe so viel essen gerade gefunden ok ich habe die ganze mentalärzte nur mit vielleicht mal reinpacken ja vergisst nicht dass du auch immer da nur ein naja vielleicht die metallärzte da lassen sollen damit wir sprechen können das scheiß die bau kann ich ja gar nicht fehlen da ja eine menge essen davon ich habe ich habe drei wassermelonen ich habe drei ananas ananas samen melonsam noch mehr samen ja oder da oben ist ein da oben ist ein antenne ja da das ist häuschen ja wir haben zwei essens dinger so dann pack ich mal mehr metall rein so lass ich mal gucken ob wir alles hier herstellen können was brauchen wir denn am meisten schaufel planke bolzen mit teilbaren wer vorweg von anderen zeug ich drücke immer auf die falsche taste dazu sicher wäre der vorweg da fliegt der vogel lassen metall sperrplanke mit halbarem bolzen dann dauert denn hier satia fähig ist also ich denke denke mal aus dem sand können wir natürlich glas herstellen natürlich rote bären nämlich mit der metallbahn hat er erkundet den hat den habe ich erforscht bolzen hoch was jetzt wollten sie sind herrsinn hat so wichtig die brauchen wir halt die brauchen dafür aus dem beteilbaren metall waren ja was mal aus aus einem beteilbaren kann man da kommen holz da war daraus noch bestimmt mehr ich kann noch mal gucken warte mal moment ich schaue nach wie ich eine aus einem botten ja ein metall metall barren warren ist ein vollsten so null sinn so planten brauchen wir hier so besser weg fängig müssen schon voll vernarbt hier muss sein sterben irgendwann ja ich habe schon wieder keine planten also planken aber habe ich ganz viele aber ich will noch mehr sammeln ja ich würde auch am liebsten sammeln aber man im moment ist ja schon wieder voll wenn man es auch schon voll bis oben hin aber so hat plan muss man das ganze zeug hier wegpacken das habe ich ja irgendwie wir müssen wir irgendwie so ein ordnungssystem irgendwann reinpacken vergisst nicht dass die ganzen unnötigen gegenstände auch jetzt einfach in mülleimer ganz weiß ja nicht was alles unnötig ist ja ich weiß nicht wer wenn es da etwas gibt was du überhaupt nicht mehr brauchst ich bin jetzt erstmal hier gründlich am schmelzen als schere wofür bauen wir schere um wolle zu schneiden und das habe ich ja schon erforscht letztens habe ich gehört gesehen hatte konnten da konnte ausbuddeln dafür warum ein schaufel nehme ich an ja aber weiß nicht warum man da kriegt dass wir irgendwann auch noch irgendwie auf schafe treffen oder so top gearbeitet basis nahrung zu erstaunlichen mahlzeiten planke mit halbarem seil nägel mehrere portionen nahrung auf einmal kochen den könnten wir eigentlich gut den grillen brauchen wir auf jeden fall damit wir auch die ganzen welt kommen können ja ja können die ganzen großen fische die wir haben ja aber mir geht immer planen aus ich muss ich muss mal zur insel planken habe ich genug ja dann bringt die marrieren gleich ich versuche irgendwie runter zu kommen ja wir sollten mal schlafen gehen weil jetzt dunkel das floss dahint ist das floss ich pass auch immer auf dass ich hier nicht unnötig aus hoher höhe unterfall weil ich bin mir ziemlich sicher dass es falsche an gibt ich bin gerade ein bisschen hoch runter geflogen auf keinen fall fahren bekommen aber ich weiß nicht ob da noch zu tief war oder nicht tief genug meine ich der vogel bloß nicht vergangen der ist der ist der tod da bist du kannst nichts mehr aufnehmen doch jetzt schon ja dann du hast du hast ja die planken planken ein ding habe habe ich gerade getan habe ich gerade getan so seile wo habe ich meine ganzen blätter eingepackt stein habe ich auch ich muss ich muss ich muss jetzt erstmal ein paar sachen hier wegschmeißen weiß nicht aber ich habe auch ananas samen gefunden mangos da ananas samen ein damit fisch tue ich da auch mal rein aber den bolzen schneiden vorstelle metall wieder völlig nächstes rhein aber könnten uns nutzen grill erstellen wenn ich noch ein paar seile und planken ab planen kann ich dir geben und seile können nicht mal machen wie viel seile brauchst du denn ich brauche zwei nur zwei nur perfekt hier weg und wie viele planen brauchst du und sechs stück sechs stücke ok 1 2 5 6 wo stehst du hier also plan machen wir uns den grill ok ok so sieht leicht aus muss unser essens zeug wo ist wo ist der grill ich mache ich mache direkt mal direkt und welz wenn du nichts dagegen hast ja klar mit zwei einfachen ok ich mache mich hier mal um das essen ich gehe mal hier runter unter wasser das überleben gesichert was hat denn ihr sie alten alten brau brauchen wir silberalgen ok immer so lange hinter weg ist so sagen mehr sand mehr sand nicht überträgst ja so tief ist ich habe schon fast wieder keine planken mehr metall waren mitnehmen und manche manier seetan brauchen wir nehmen das mit vier stück vielleicht ein metall da oben lassen sollen so seetan meins meins da war ja noch weil es wird ja ein verleibt es wird ja ein gesagt ton nur ich habe einen gebratenen feld ich brauche direkt mal mann ron lachs so irgendwas anderes noch kommt was das kupfer eine ahnung ist der metallerz oder sagen wir jetzt beteiligt der kupfer kupfer sollten wir auch mal versuchen einzupacken ja stimmt ich glaube das geht auch oder sand kannst ja auch mal versuchen ob er hat reinpacken kannst aus aus sand wird glas ja ja ich tue mal kupfer rein die ganze zeit ja immer mal ertrinken ja kuppler platzieren ja man kann ja auch platzieren aber vielleicht noch aus was soll ich machen mein glas tisch ist direkt vor mir ich mach mal abstecher auf die insel ja so sorgt dafür dass du viel dass du viele planken findest wenn ich die seh jetzt eine rohe kartoffel da bringt überhaupt nichts lassen wir lieber sag ich tue ja nichts triggern was irgendwie ja gefährlich ist denn so viele bäume kann man die alle abholzen was hat denn was hatten ja noch ist irgendwie ein irgendwie ein ding ich habe kein platz mehr das herr damit nein das ist auch ein baum wieso kann ich hier nicht abholzen was hat hier nichts weil ich bin ich mal aus dem aus dem metall bank manche man anbieten was hat der rote bären was schon der tag geworden da sind ein paar bäume da und ist auch schon wieder so die zäge aber noch nichts gefährliches bisher nägel habe ich jetzt auch welche gemacht kann ich herunter ohne zu stehen haben wir schon wieder fast vorher wie es nicht schon wieder passiert das ist das mit fähig kupfer barren mit so ein kleiner vorgaben um rennen damit ist meine gebratenen lachs kaum ich verstehe den gebratenen lachs kann man dreimal essen sowie melonen wie kann man zweimal du mexik unter wasser nichts ich will ich werde mal eben den den kupfer waren erforschen ein scharnier wir können jetzt ein scharnier machen okay was brauchen wir für ein scharnier wir brauchen dafür mit scharnier das sind zwei metallplatten die sich knicken lassen aber gleich mehr wegwerfen die seite weg die kokos ist es möchte ich den nein ich will die für die gucken ich weiß man die vier federn weg ja wir sowieso viel zeug hier drin so da tue ich wieder kopf verbaren da rein meine axt geht bald kaputt okay man kann da kein schrott rein tun aber ihr neues schrott sand kannst du da rein tun und seetang auch mal er sieht dann kannst du auch darin schmelzen lassen da stand so zu wissen in der beschreibung ich kann ja nichts mehr ändern an seetang barren woher soll ich das wissen was ist das hier steine sind nur steinern wir müssen hier unbedingt mal irgendwie ordnung schaffen was bist du für ein fisch das ist ein puffer fisch ja der sex modiert ich weiß nicht ob das anlegt dass ich ihn gestochen habe und das ist eine kugelfisch war ja ein kugelfisch genau da hat er einfach puff gemacht ja dann ist er sich in so eine in so eine gift von ja 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 kleiner fun fact kugelfische sind giftig ja nicht wenn man sie richtig zubereitet genau wieder trotzdem mir ist ich will auch nicht riskieren habe ich noch irgendwie hat er wasser mit unseren habe habe ich noch du mit stück ich hoffe du hast viele planken mitgebracht weil der heirat hat gerade schon zwei selbst langen und zwei balken vor unserer insel weg gefressen ich habe 20 punkten gefunden sehr gut ich werde mal direkt noch mal so ein lachs so ein lachs draufhauen eine menge nein jetzt habe ich den lachs gepresst keine sorge ich habe ich habe nur jede menge rohe welt sind auch massermelonen ausgezeichnet dies nicht mal direkt das nekto die mag ich mal nein ich wollte nicht schlafen ok so ist da noch also es gibt noch mehr sachen unter wasser anscheinend anstatt haie jetzt zeigt auch mich zu gekommen mit seinen weiten augen und es explodiert ich weiß nicht ob der explodiert jetzt weil er macht oder weil ich den gestochen habe wahrscheinlich weil du den gestochen hast aber ich habe so viele kokosnäste gefunden also futtern wenn ich dir einfach so essen kann wie so ein snack ja kokosnäste bringen herringen halt ein bisschen trinken wieder ja ich überhaupt essen kann du scheiß vogel so wo ist das los muss das nichts ja sie sind immer so fisch warme kann man irgendwie auffangen wahrscheinlich mit einem netzwerfer jetzt stehe ich nicht noch mal mal weiß genau was wir letzt mal passiert ist kaputt gegangen mein einfangen nehme ich an das ist eine kiste der boah wie solchen da unten hinkommen oh gott man kann man kann auf dem großen grill grill auch mehrere kleine sachen direkt nebeneinander legen was kann man sich um die paddel herstellen oder so nämlich paddel oh gott und danach sehe ich habe da unten zwei kisten gefunden aber wir sind so tief unten ich weiß nicht ob ich da ist nicht überleben ich guck mal wenn ich noch eine kiste kommen ich weiß ich bin aber voll ich weiß nicht ob das so nein hat schon alles nach oben perfekt war ich habe auch schon gesehen scharnier metal bahn gewagt her damit ja man kann ich wegschmeißen und kunststoff mit halbarem herr damit mit scharniere brauchen wir auch scharniere kann ich hier wegpacken steine scharniere das noch eine kiste trinken ein bisschen ich verdurste hier sonst noch ja ich komme ich schwimme du kommst du schwimmst du eilst hier schon wieder ein kugelfisch doch lassen lassen das ist diesmal stehe ich dir nicht ich schlotte mal zum fluss dann erst in der angel kannst du irgendwie ich doch den grad zum fluss ich habe keine angel guck mal diese wissen du ich sehe ich will ja ob da das nein woher stück guck mal ja schon an land da kann ich platzen weil er ja ein land ist oder was macht er macht ja ich will ihr leben zunächst einmal am flot naja hier ist auch ein vogel boah leute da brauchen wir alles ich brauche wasser ich brauche ganz dringend trinken da haben wir keine planken für die dinger nein ich habe keine planen leute bei ja und ja dass das und ja dass das bloß muss repariert werden so mache ich mache ich mache ich mache ich habe mein kunststoff haben oder ja kunststoffe habe habe ich nur 19 stück na ja moment kann man den ton oder einpacken ton könnten kannst du ja auch einpacken warte mal nee nicht hier hier hast du übrigens den kunststoff hier dieser scheiß vogel und du hast mal unser flot her barrieren sah bloß reparieren und ich muss was trinken so was können wir ja noch bauen besser wenn wir jetzt erstmal hier jetzt langsamer sich ja mal die fliege machen er ist noch mehr als genug zeugs das ist eine kiste die da so eine kiste dich da unter wasser gefunden habe und so muss noch mehr als genutzeugs da oben da ganz oben so waren noch nicht hingegangen da hinten ist auch noch irgendwie da wo der geier rum fliegt er jetzt noch mehr als genug zeug ich weiß einfach nur noch nicht auch dafür bereit sind deswegen machen wir jetzt hier erst mal ja ich muss erst die museum muss erst mal voll werden mit trinken und so ich muss etwas ich muss gas wie trinken okay lassen sie lassen sich auf die jagd gehen ach damit bekommt man diesen glibber den glibber dem aber auch dem bau für was braucht man immer aber hat man hier laut leiterplatte warum wollen wir noch ja warte mal hier verbauen meine leitung wird leiterplatte für entsapft da kombiniert grundnahrungsmittel zu fantastischen getränken das ist super sauerstoffflasche dafür bauen wir eine leere flasche spring klar aber damit wenn empfänger empfänger auch für empfänger bauen war eine leiterplatte kletter pflanzen glibber wir brauchen ich war unbedingt kunststoff und ich brauchte drei mal kletter pflanzen glibber man kann könnte ich mir so eine flasche machen also schon gas hier eingepackt ich habe kein glas klar ich habe ein sechster kletter pflanzen glibber nicht gras glas wo ist mein welts da ich kann ich einsam nicht folgen war dann kann ich immer nichts interagieren nein ich glaube mein spiel ist gerade stehen geblieben schon wieder so ein bisschen besonders nein nein da sind wir wieder muss man wählen ja das ist das ist ein lachs 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 habe ich da gerade drauf gesetzt muss man mal jetzt was jetzt weiß ich weiß nicht aber du kannst du laxen kannst du lax haben haben die lade lachs dürfte gehen dafür so einen ähnlichen effekt haben wie der welt ich mache immer mehr erstmal ein paar sagen einmal kaputt wir müssen mal irgendwie irgendwann ordnung ja einbringen ja da und sachen am suchen ich bin da soll ich habe jetzt mal 20 seile gemacht hätten pflanzen glibber hier der lachs ist fertig den kannst du haben ja ich habe einen platz der glibber habe ich jetzt habe ich drei davon wegen das kann ich auch nicht aufnehmen brauchen unbedingt wieder mehr lager ich brauche kunststoff nicht bruch schrott nach mir ja fast voller teile ja deswegen wo wir eben schlafen gehen und dann ja okay ich lebe ich nicht mache ich jetzt noch ein mitternacht snack hier alle lektion ich muss jetzt aber erstmal trinken kate sagt bauen wir noch alles hier wir haben einfache batterie nötig wurde zur versorgung von elektrischen maschinen geld von maschinen das war immer so ein empfänger machen eine leiterplatte irgendwie erstellen ich weiß noch nicht mehr warum also wir brauchen für die batterie brauchen wir kupfer kupferbaren schrott und kunststoff ich brauche unbedingt planken damit ich mir eine neue axt machen kann jetzt alles voll okay also ich bin jetzt bereit wieder auf abenteuer zu gehen wollen wir gehen ich finde ich ja wieder so viel zeugs jetzt zu erkunden ich bin gerade ein bisschen ungeduldig jetzt war mit einem zahlbaren warte mal zwei wo also neue truhe gewesen die wo ich die metall waren gefunden habe ja ich muss halt auch der vogel gehen wir so viel zeugs jetzt die vögel die haben die haben unsere schuhe knabbert also ich gehe ich gehe das mal los ich muss sind die auch fertig ja zwar zwei kartoffeln waren drin schon ich bin so voll er war ich habe keinen platz zu irgendwas ja ja auch nicht auch scheiße dann man sagt mir her und her wechseln dieser geier ja jetzt glaube ich hier rüber geflogen ich bin auch gerade extra bisschen weggegangen weil da läuft nun da ist nun da fliegt nicht nur ein geier rum sondern da ist auch noch ein warzenschwein ich habe einen baum gefunden gefunden wir haben die mischstücke schon wieder hier wieder an der ernte genascht nein jetzt ist eigentlich wollte ich sagen also sehen seine hängematte reingelegt wir wollen mehr kisten wir brauchen wirklich mehr kisten grundstoff war man sagt dann wird morgen sei ich kann nichts machen weil ich hier die ganze zeit immer was ist das denn ist das ist ein dodo kann dieser kleine vogel nett ja auch gesehen aber der war mir zu schnell so sind die bären aber auch schon welche da perfekt ich würde gerne abstechen ich glaube ich glaube es ist sowieso besser solche tippe im feinen bogen zu erledigen naja kriegen wir ja gar nicht da kann man auch mehrere sachen drauf packen auf den großen grillen grill auf jeden fall ich denke denke mal wenn wir sowieso so fallen und putten habe ich glaube ich kann wir haben sachen drauf packen was wie viel sachen kann sie drauf packen drei stücke drei stück ein bisschen der gräner weiß hat man kann drei kartoffeln dann aufpacken jawohl und ich habe eine wasser melone t flieger ich muss unser netz ist unser netz ist exposed hier aber ich will jetzt aber wissen dass es mal wasser melonen ich komme ich habe ja weiter dieser scheiß abley muss überhaupt das floß und ein was ich auch nicht ist immer so voll der kam aus dem nichts wir haben einen richtigen geschmack selber eigenen weit kommen die essen oder was ich wollte unbedingt noch so warte mal was brauche ich ihm das brauche ich für den ich kann ich kann mit bogen machen ja ich habe einen bogen der manga 2 auf einmal so moment mal hatte ich nicht auch irgendwann mal feile gemacht ja irgendwo sind welche drei gegate den ganzen drei kartoffeln kannst du darauf packen ja kannst sogar drei hähnchenschenkel drauf tun sehr schlecht die ganze sache so sehr gott wollte die feile hingetan ich tue mal hast du schon glas erforscht nein habe ich noch nicht du musst sand da rein tun habe ich schon jetzt ich habe die feile gefunden ich habe ein trinkglas fortschrittlicher reiniger was ein fortschrittlicher reiniger wo ist der planke kunststoff und glas das ist noch machbar danke glas glas bin ich die ganze zeit schon die haben machen das habe ich nämlich einen bogen gott jetzt kann ich auf die jagd gehen jetzt gehe ich auf die jagd genauer taste for blood unser essen jetzt hier viel schneller fällig mit schnell fällig die drei kartoffeln schon fertig hier boah ich habe schon drei kartoffeln der gewachte fünf kartoffeln sind ja fertig gleich jetzt geht alles viel schneller endlich so jetzt bin ich mit allem vor jetzt gehe ich auch mal raus und zu abenteuer leben ich gehe mal zu die kiste die ich noch letztens war ein stück naja meine spät kaputt damit ich konnte nur zusehen wie er hat den kaputt macht nein ich habe keine planken zum später nein warum bringt mehr feile ich versuche mal weil meine sachen sind fast kaputt aber was solltet versucht man die die kiste wieder zu finden auch wenn der highlight ist für mich erledigt warum denken mit teilbaren ich will die metallbahn nicht einfach so einsetzt jetzt hat das viel getroffen jetzt noch wüsste wo die truhe war war sehr tief unten aber so eine silberalke er hier war hat silberalgen florian silberalgen gefunden so heilat mich bitte so und ist die kiste darauf sei der stück bringt mich jetzt irgendwie noch was irgendwie noch kunststoff oder so dann kann ich mir die neue pfeile mal kunststoff fehlt uns gerade scheiße so viel planken rezept einfacher fisch ein ok wieder kunststoff dann kann ich mir die neue pfeile machen ich glaube dass ich mir jetzt erst mal ein metall barren nehmen muss ich habe noch zwei ja ich ja das heißt wir haben dann immer noch einen barren aber ich muss mir jetzt einnehmen damit mir neue pfeile machen kann also jetzt habe ich nämlich metall pfeile es kann nämlich sogar noch bis auf die jagd gehen hat sie ja oder so erledigen wo war da ein am strand ja ich habe ich habe ich habe sie schon getroffen mit einem stein pfeil sehr gut aber sie lebt ja noch lebt sie noch nein ich brauche zwei steine du willst mich auf den arm nehmen und mein haken ist auch gleich kaputt gibt es irgendjemand zum ausbuddeln von letztendlich mal irgendwie war zum ausbuddeln gefunden aber da konnte ich nichts machen und so schön auch coole sachen auch wenn sie mich auch nahe viel lebt noch noch da hat und da hat drei pfeile in sich drin oder viel lebt noch mein spiel ist kaputt meine sachen genau kaputt ich glaube wir sollten doch hier gehen irgendwie gehen uns alle die sachen auslangen die normalen sachen ja somit halbar und so kriegen wir jetzt hier alles da ist immer zu schweigen ja dass das ich glaube das können wir noch nicht werden wir treffen uns auf dem fluss ja ich will diese scheiß viel erledigen so in einem in einem durchgang fünf kartoffeln glaube es ist gleich auch schon die zeit zu beenden 27 minuten aus den 30 minuten muss man sagen ich gucke schon die ganze zeit darauf auf ja gut okay 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 so klar das wollte man noch ich kann ich kenne den ganzen die mit die feine wieder abnehmen aber diesen grünen war es war gegen wir weg dann schmelze ich einfach weiter so habe ich habe die pfeile wieder ich warte auf dem fluss und dann können wir gehen ich habe es erledigt da hast du bekommen ich kann ich kann mit dem mit dem viel nicht interagieren na wie soll ich ich weiß es nicht ja wenigstens auch habe ich ja ich stecke es einfach mal hier sind meine ganzen steine war was ist das ist so kacke ich kann damit nichts machen so ein ding sehr das ist ja jetzt meine ganzen dinge wieder pflücken gehören ja jetzt ist jetzt habe ich meine schmerz gemacht aber ich ja ich habe mein persönliches ziel erreicht ich habe folgreich gejagt kartoffeln rüber na muss ich ich habe ich habe auch die headbank hier wieder sie tun noch nicht mehr tauchen die sind schon die tun gehad bank irgendwie einfach auf das ding landen ich kehre zurück von der jagd da kann man ja gehen oder ja ja das geht und was man soll da werden neun sachen hier herstellen und so ja muss mein anker da ich muss ich muss erst mal wieder so ich habe kunststoff einfach so am boden keine ahnung ich habe keinen kunststoff ich brauche kunststoff deswegen was ist denn hier beschwam also da gibt es nicht immer was in die schmelze einzubacken ja ich bin wünsch ich aber ich will gar gar die kartoffeln habe ich wenn wir jetzt mal hier ein bisschen ordnung einpacken in unser ordnungssysteme ja ich nehme jetzt erst mal die die drei kartoffeln und dann esse ich erstmal was hast du schon abgelichtet ja ist das ding bewegen würde da wie aus insel du hast uns so viel zeugs gegeben aber wir sind wieder voll ja ja das ist ja was wir herstellen können einfache batterie leiterplatte kunststoff machen ist schon kunststoff analysiert kunststoff jetzt muss ich schon von gemacht haben wenn wir nicht dann macht das mal eben okay naja mehr glas wir haben schon ein rezept ja ich bin komplett voll jetzt also ja ja okay ich habe noch nicht volle volle leben habe ich nicht mehr weil ich tatsächlich gerade durch den heim was verloren habe ich habe einen schwarzen samen und ich habe ich habe einen schwarzen blumen eigentlich brauchte gar nicht mangosamen wenn wir ganz einen mangosamen kann man nicht einpflanzen wir brauchen dafür eine größere fläche oder essen da eben auch noch gefärmen auch noch rezepte eigentlich mal wieder etwas loot ja ja und weil man wo sind die ganzen tag nicht gemacht habe ja ja du du bringst die ordnung nein nein ich kann man mehr mich um den lud dass das das will ich eine faire aufgaben verteidung schau mal nach ob ich den kunststoff irgendwie analysieren kann man erforscht nicht kunststoff ja doch doch erfolge kunststoff ist schon erforscht weil ich mein kumpel kupfer habe ich doch schon mein kumpel barren meine ich so kurz nicht haben ja ich aber schon und hatten wir schon und ich habe ich habe planken für den spitz oder wenige warte moment dafür habe ich hier so noch den letzten pfeil eingesetzt ich habe den metall fall wieder so müssen wir uns am fluss jahre pariane ja okay ich muss hier weiter los sammeln wo so schon repariert okay cool das ist mein knoller warten bis wir alles hier geschmolzen ist und so jetzt zeug machen können so planke und bolzen für die also normale axtrechte auch oder ich kann immer so eine bessere angeln machen aber da verbrauchten bolzen ich brauche schon so viel zeug es kommt her da der hg ist rein nein oder mein netz hier mal ein paar ohne jetzt haben wir so viele andere neue sachen wir sind so viele sachen so viele sachen zum entdecken ich sehe ich sehe fast gar nichts leiterplatte müssen wir mal erkunden dafür wollen wir mal kupfer aber ich habe gerade kopf erwartet hier wollen wir auf alles mögliche kopf hatte dürfte doch in unserer kiste sein ich habe eine leiterplatte hergestellt sehr gut die brauchen wir doch für empfänger oder irgendwie so hat es kann sein boah hast du gemacht eine antenne und nennt safter empfänger spring klar ja mehr zeugs haben wir noch mehr zeug ja für die dinger brauchen wir glaube ich bei der empfänger kochtische in safter top reiniger da können können wir suchen draußen machen ich glaube wir sollen erstmal im fortschriftlichen reiniger ja machen ja dafür bauen wir kunststoff planken und glas also schön salz und sand schmerzen ja sand haben wir noch zwei schmerzen ja dann kannst du auch direkt mal den sand erforschen glas habe schon davor schon gemacht ja glaube ich irgendwie glas oder so kannst du ein glas kannst du damit hast ja ich weiß dass man dass man auch sand glas herstellen kann ja ich habe auch minecraft gespielt ich habe sogar schon mal eine nation gesehen und ich glaube ich sie dahinten noch nähen so mein haken ist kaputt ich nehme meinen einen anderen hat die haken die haken ich bin nur hin und herren zeugs einsammeln ein pflanzen kartoffeln ja das muss man eben hier weiß hier ein bezogen was so wenn wir nicht fertig ist dann tue ich dann noch mal noch mal drauf wenn alles gut läuft dann kriegen wir jetzt gleich einen besseren reiniger ich brauche nur noch ein glas und jetzt gerade dabei ausgezeichnet ausgezeichnet ich brauche unbedingt noch mehr algen wenn ich noch drei algen hätte dann könnte ich mir da und da daraus eine flasche machen alten kletter algen und so nicht als seetang da reinpacken ja aber ich habe keinen seetang aber ich habe 15 seetang block das seetang stück scheiße daneben ich habe keine munition mehr so die kartoffeln nehme ich mir jetzt einfach mal so nehme ich mehr und jetzt kommt der fette west drauf ich bin so schnell wieder voll mit allen also um das überleben machen ja da geht es langsam bergab bergauf so wir steuern wieder genau auf eine insel zu okay wo aber das ist das für ein teil so was ist das für die insel ist eine riesen insel so dass man einigen was wo sind der was hingestellt ich kann ich ihn reinpacken ich habe euch irgendwie 55 dinge da reingepackt mal reiniger kann mehrere tassen war benötigt keinen treibstoff weit machen wir keine planken weil da reinpacken ja stimmt weil ja genau das verdunste dann geht da rein so wie er doch funktioniert denn nicht auch fässer auch für zeug er kommt ah komm mal da mit süßwasser füllen oh mein gott du musst du musst auf rechte maus drücken dann kannst du es einfüllen bedienlich okay pass auf ich zeige es dir hier und hier und du musst jetzt mal ein paar sachen da reinpacken 2345 55 kannst du da reinpacken naja dann kann sich da mehrmals bedienen nämlich mal an ich komme jetzt noch einmal bedienen hast du schon ein bisschen was genommen ich habe ich habe schon viel genommen aber irgendwie will das jetzt nicht sich jetzt nicht auffüllen ich verstehe es nicht ja erst mal muss das verdunsten da erstmal muss hat ja da muss ja auch immer noch verarbeitet werden müssen ach so ach so ach so verstehe also wenn er da auf der rechten seite ist nämlich mal wenn er da oben noch ist dann ist er noch nicht fertig da unten ist fertig dicke nehme ich an ok 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 perfekt und das ding ist genau in der nähe das heißt wir können da ich glaube die insel ignorieren wir einfach mal machen wir müssen auch so viele sachen hier machen ja aber ich habe ich habe richtig freude ja so hat man noch ob man als nächstes wir brauchen noch immer noch ganz viele planken was haben wir denn hier noch als eine flasche wäre natürlich nicht schlecht ja aber da verbrauchen wir algen wir brauchen dafür seetank ja ich habe ich habe genug seetank wasser ist fertig steht fest wir verdursten nicht mehr und verhungern tun wir auch nicht mehr nehmen jetzt erstmal die welt keine planken mehr ja und du kannst sogar noch salzwasser da rein für den anderen wegen selbst wenn das andere ding noch voll ist und voll ist fänger weg von unserem schuh unsere latschen ok cool ich muss man mal ich bin ein bisschen angehen ich glaube die ganze haben in der kaputten alle darum ich will sowieso nicht anders hier noch kaputt ich habe mich immer wieder um das genau gereichte sorg pro bund bar schreien damit habe ich noch kartoffel 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 brauchen leiterplatte nasser ziegel einfache batterie kupfer barren antenne empfänger leiterplatte scharnier scharniere brauchen wir auch mal scharniere kannst du noch mehr seetank leitung über ihren scharnier und zwei leiterplatten leiterplatten die monofilie kupfer barren boah ja ich habe schrott gefunden ferngas wir machen das so gut unser überleben ist gesichert jetzt hier wir können jetzt hier mord sehr lange auf diesen fluss überleben naja nehmen uns würde einfach nur und uns passiert einfach gar nichts ich brauche unbedingt diese leere flasche perfekt gesagt ich habe ich habe einen dekorationspaket warum sagt mir dass denn niemand bei unser überleben ist einfach gesichert ich tue jetzt hier meine kiste platzieren vor dem brenner natürlich mal alle erneut und so rein ja fast da passt wie es gerade diesen wie es gab diesen diese haken losgegangen da bin ich jetzt mal alles rein hat man ja so wenn man so schmelzen kann man stein eigentlich auch einschmelzen keine ahnung ich muss aber mein kraft denken da kannst du auch so ziel stein hier machen warum sind wir bei punkten verteilt auf dem fluss und weil die ja alle hier rein fliegen ist auch von klappergeräusch ich habe ja auch gerade gehört da schon wieder ach so ach so dass das sind das sind unsere netze wasserflasche herstellen ich habe ich habe vier von ja ich bekomme ich habe zwei davon ja jetzt dann nimmt das sie einfach sachen irgendwie ich legte mal zurück das sollte ja als liegen oder was ja somit salzwasser füllt wollte ich habe sagen so gut so jetzt habe auch unser pensum erreicht für diesen part ja wir sehen uns da mit einer nächste feuer wenn wir ja noch weiter fortschritt machen jetzt wurde sie auf voll rund geht gerade richtig geile mitten auf unserem fluss gut dann gleich dankeschön für schon und wir sehen uns ja nichts mehr da ja bis dann und ciao